eine jacke und ein oberteil der jacke ist fleckenspray dritte klappe lehnung sensitiv 35 milliliter heiße röse colorpulver die hat jetzt hier noch die tür zu weil mir eben hier schon ein kleiner missgeschick passiert ist vorwäsch ist ohne waschmittel nur fleckenspray im vorwäscher gewählt weil irgendwie auch nur schmierer oder so oder keine ahnung irgendwas schwarzes an die jacke gekommen ist jetzt geht's Vielen Dank. Vielen Dank. Ich denke mal, der Flecker in der Jacke war einfach irgendwie Erde oder so, weiß ich nicht. Autoschmiere nicht. Kann ich euch auch sehr gut empfehlen. Okay. 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 Vielen Dank. Die ersten Umdrehungen der Hauptwäsche. Die ersten Umdrehungen der Hauptwäsche kurz zum Drehung gemacht und erst nach vier Minuten manchmal noch Wasser nimmt, manchmal aber auch nicht und dann länger gemacht. Die ersten Umdrehungen der Hauptwäsche. Die ersten Umdrehungen der Hauptwäsche. Die ersten Umdrehungen der Hauptwäsche. Jetzt macht sie dann nur die zweite Umdrehung, die sie lange macht. Die ersten Umdrehungen der Hauptwäsche. Die ersten Umdrehungen der Hauptwäsche. Die erste Umdrehungen der Hauptwäsche. Die ersten 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 Umdrehungen der Hauptwäsche. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.